Herzlich Willkommen zurück mit einer weiteren Folge Catalan Crops Management. Unsere Ernte ist fertig und jetzt möchte ich mal wieder, dass wir uns eine Folge lang um die Bullen kümmern, mal so einen aktuellen Stand anschauen und zunächst müsste ich dafür hier erst mal das Silo mal wieder ein bisschen aufdecken. Machen wir mal zwei Sektionen wieder und zudem hatte ich ja in der letzten Folge, was glaube ich schon mal erwähnt, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie ich vergleichen möchte, ob sich es entsprechend jetzt lohnt, hier die Bullen zu füttern mit der Silage oder ob es besser ist, wenn ich die Silage bzw. nicht die Silage, sondern das Häckselgut direkt nach der Sofa-Kauf. Deshalb merken wir uns aktuell jetzt mal diesen Füllstand. Oh, das war die falsche Taste. Also 290.000 in etwa. Und ich werde jetzt dann so einen Monat Zeit vorgehen lassen und dann können wir uns mal anschauen, wie viel das dann rauskam, wie viel das die Bullen in der Zeit in etwa gefressen haben. Ganz genau, weil wir es nie rausbekommen. Da sind sie. Sie sind schon ganz schön gewachsen hier. Ja, ja, schreit ruhig. Und würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier raus, so es vielleicht ein bisschen leiser ist, auf die schöne grüne Wiese hier. Schauen wir uns mal die Gewichte der Bullen an. Bestand. So, Nachgewicht sortiere ich jetzt mal. Fangen wir mal mit dem leichtesten Bullen an. Das wäre der Theobald. Der ist noch nicht sonderlich alt. Acht Monate erst. Der ist relativ neu erst dazugekommen. Aktuell 177 Euro wert. Also der hat da nicht so viel zugelegt. Ja, ich glaube, da habe ich sechs Stück gekauft. Die müssten alle so im 300-Kilo-Bereich sein. Drei, vier, fünf. Ja, Friedrich Karl. Das ist ein bisschen schwerer, aber es ist auch tatsächlich eher so alt. Genau, und das ist dann der nächste Schwung. Die sind dann schon ein bisschen mehr wert. Die sind schon fast wieder so viel wert, wie ich sie eingekauft habe. Und irgendwo ab hier. Genau, das sind dann die vom ersten Schwung. Gehen wir mal ganz runter zu den schwersten. Der Knut. Heu, heu, heu. Der ist jetzt ein Jahr, vier Monate. Wiegt 600 Kilo. Und ja, haben wir gekauft für 870 und es ist schon 1500 wert. Also das Doppelte. Wir müssen jetzt sagen, er ist natürlich auch sechs Monate in etwa. Sieben, nee, mehr. Was rechne ich denn hier? Acht Monate ist er schon bei uns. Wir haben natürlich auch in den Gewinn, den wir jetzt hier bekommen würden, wenn wir jetzt verkaufen würden direkt, von etwa 700 Euro. Dafür haben wir natürlich auch acht Monate gefüttert. Jetzt müssen wir herausfinden, wie viel frisst er pro Tag. Beziehungsweise, ich möchte ja gern immer so einen Mischbestand haben, wie ich jetzt habe. Wir haben insgesamt, sehe ich das denn? Hier müsste ich das sehen, wie viel das ich insgesamt habe. Anbuddeln. Wo steht es denn? Nö, da nicht. Bin ich blind? Da. Was sind die Preise? Ah, stimmt. Das ist auch mal interessant. Ich schaue gleich, wie viel Bullen das wir haben, aber... Je nachdem, wie viel das die wiegen, kriegen wir... ...ein Preis pro Kilo. Das heißt, das ist der Maximalpreis hier. Wenn ich die ersten sechs Bullen mit 700 Kilo habe, sollte ich die direkt verkaufen, weil die geben dann alle direkten Maximalpreis. Das ist einiges von 3,75 pro Kilo. Das ist einiges, 3,75 pro Kilo. Sagen wir, wir haben tatsächlich mal einen Bullen mit 700. Und bekommen dafür exakt diesen Preis, würde ich sagen. Das rechne ich mal kurz nebenbei aus. Na, wo ist es denn? Vertue ich mich hier schon. 700 mal 3,75. 2,625. Wenn man jetzt sagt, okay, Einkaufspreis. 800. Dann kann man 1.800 Gewinn machen. Pro Bulle. Weil Gewinn ist es ja nicht. Wir müssen das Futter abziehen. Ich schaue kurz nochmal. Gewicht. Stand. Ja, die haben noch 100 Kilo hier. Es dauert noch ein Weilchen. So, jetzt aber wie viel haben wir? Zählen wir halt von Hand. 3,6. Bock dann. Bis dahin sind es 6. 7,8,9,10,11,12. 12,18. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Theo, bald ist Nummer 30. Okay, 30 Bullen haben wir jetzt. Gut. Merken wir uns das mal. 30 Bullen. Jetzt schauen wir mal. Habe ich irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Ich würde jetzt einfach sagen, wir legen uns jetzt mal 30 Tage schlafen. Oh, das sind Stunden. Da bam. 30 Tage ist so durchschnittlich ein Monat. Warum hungern die? Das gibt es doch gar nicht. So, schauen wir mal gleich, was jetzt rauskommt. Gut. Die Fütterungsaufgabe ist fertig. Hat alles geklappt. Und jetzt können wir erst mal kurz schauen, wie viel hat denn das Schwerste zugelegt? Noch. Ging oben raus, legt sehr weniger zu. Oh, rund 40 Kilo. Nicht ganz, aber fast. Oh, und ich sehe unser Futtergras ist reif. Also weiter vorspulen dürfen wir jetzt erstmal nicht. Müssen wir dann tatsächlich Gras mähen? Was macht man damit? Hm. Muss man überlegen. So, okay. Der hat jetzt tatsächlich hier ein bisschen dynamisch rausgenommen. Perfekt. Und jetzt haben wir hier drin nur noch... 262.000. 3, 3, 8 Liter. Heißt, wir haben 28.500. 100 Liter für 30 Bullen in 30 Tagen verbraucht. Korrekt? Korrekt. Gut. Das heißt, wenn wir das ausrechnen, dann bekommen wir durch 30 heraus, dass ein Bulle in einem Monat 950 Liter frisst. Pro Monat. Und? Jetzt müssen wir unsere Bullen anschauen. Die haben wir hier. Ja, beim Händler hier. Sehen wir ja. Was ist da so ein Durchschnitt? Oh, vier Monate. In vier Monaten kriegt man die. Vier Monate, fünf Monate. Okay, dann waren die doch länger da, wie ich gedacht hatte. Sagen wir mal, vier Monate sind die alt, die man bekommt. Und wenn ich die kaufe, hier bei so 250 Kilo, 260 Kilo. Sagen wir 460 Kilo. 200 sind es, nicht 400. Und kosten etwa 800 Euro. So im Schnitt jetzt ganz grob mal. Ganz genau können wir es eh nie ausrechnen. Schauen wir uns den Bestand an. Gehen wir einfach mal zu den schwersten Runden da. Sehen wir jetzt ein Jahr, fünf Monate. Das heißt, er ist jetzt 13 Monate da. In 13 Monaten hat er schon 12.350 Liter Silage gefressen. Und er wiegt jetzt 642. Also ich denke, er bräuchte noch zwei Monate. Ich möchte ja immer 6er Päckchen verkaufen. Bis dahin sind es sechs Stück. Wenn er genau hier jetzt auch noch pro Monat 40 Kilo zunimmt, dann haben wir ja 700. sagen wir einfach, wir haben die insgesamt 15 Monate bei uns im Schnitt. Dann würde das bedeuten, dass ein Bulle in der Zeit 14.250 Liter Silage frisst. Und wir haben gesagt, 2600 bringt er uns ein. 800 müssen wir abziehen für den Einkaufspreis. Das sind 1800. Und jetzt müssen wir schauen, wie viel das Distillage wert ist. Wenn ich verkaufen würde, verkaufen Silage Feldgras Silage, Feldgras 10 Cent ist Kilo. Gehäckseltes Feldgras Gehäckselter Mais Okay, unsiliert bringt er so wie es scheint mehr. Was war denn das da oben? Ah, Hafenballenhändler gibt weniger für Silage. Wir Hafen Silagehändler Müssen wir uns merken. Das ist ein Riesenunterschied. Sonst können wir nur irgend verkaufen. das war's. Gut. Gehäckselter Mais Und wir auswiegten da der Liter. Wenn wir jetzt erstmal annehmen, ein Liter ist ein Kilo. So. Wir haben gesagt, 14.250 hat der Bulle gefressen. Mal die 0,014 200 Euro. Ja, okay. Wenn wir gehäckselten Mais verkaufen, direkt am Hafen Silagehändler. für das, was der eine Bulle jetzt gefressen hat, wenn er 15 Monate da ist, sind es 200 Euro. Keine Ahnung, mit welcher Dichte die jetzt rechnen. Ich denke, ein Kilo ein Liter Mais wiegt weniger wie ein Kilo. Das heißt, wir kriegen noch weniger dafür. Heißt, wir haben eine Differenz zwischen den Bullenfüttern und dem Hafen Silagehändler verkaufen von 1600 Euro. Also, das Fazit ist ja wohl eindeutig. Biogasanlage, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich da rausbekommen habe. Auf jeden Fall keine 1600. Klar, habe ich jetzt so spezielle Sachen wie Dieselverbrauch, blablabla, Helferkosten im Detail jetzt für das Bullenfüttern gar nicht eingerechnet. Das macht ja auch nochmal ein bisschen was aus. Aber, ja, ihr seht ja, was rausgekommen ist. Das wird mich eigentlich jetzt aber auch sofort dazu veranlassen, zu sagen, ich weiß gar nicht, wie viel kann ich denn einstallen? Ich meine, ich habe 45 gehört. Weil jetzt wissen wir ja, dass es sich definitiv lohnt mit den Bullen. Wir müssen nur immer schauen, dass wir die rechtzeitig verkaufen, bevor sie zu schwer werden. Also im Optimalfall exakt bei 700 oder 701 Kilo verkaufen. Wird man nicht immer hinbekommen, aber so als Anhaltspunkt. Ich sortiere die mal nach Preis. Dann würde ich sagen, wir kaufen uns nochmal sechs Stück. drei, vier, fünf, fünf, Und dann warten wir. Also die hole ich jetzt gleich ab. Besten komm, die hole ich selber ab. Wird wahrscheinlich nicht fertig werden in der Folge, aber die hole ich jetzt voll ab. Wird eingestellt. informiere mich nochmal, wie viel das wir tatsächlich in den Stall reinbekommen. Und ja. Dann werde ich schauen, dass wir immer so am Maximum vom Stall im Etzende. Also Moment, da hinten steht er doch. Genau. Ich werde dann irgendwann in einem Monat, sagen wir mal, nochmal eine Ladung Bullen holen. Dann haben wir knapp über 40. Und dann wird es zukünftig so sein, dass ich schauen werde, immer wenn ich sechs Bullen verkaufe, hole ich gleichzeitig wieder sechs neue Jungbullen. dann haben wir einen perfekten Durchlauf und können hier Maximumgewinn rausziehen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gerechnet. Ich habe es jetzt zwar hier nicht grafisch dargestellt, aber ich denke, ich habe es langsam genug vorgerechnet, sodass jeder mitkommen sollte. Wenn ihr es nicht verstanden habt, spult nochmal zurück und schreibt euch die Werte auf, die ich gesackt habe, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Und falls noch Fragen oft sind, ihr denkt, dass ich irgendwas falsch gerechnet habe, schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich da in einer der nächsten Folgen drauf eingehen, dass wir das entsprechend richtig stellen. Übrigens hier, ich dachte ja, vielleicht geht was auf, aber da geht nichts auf. Also entweder sind keine Körner ausgefallen, was ich bezweifeln würde, oder es gibt einfach nichts. Na gut. Ja, was kann man insgesamt damit verdienen? Wenn wir das 45 Bullen haben können, immer gleichzeitig 15 Monate sind sie bei uns in etwa. Ein Bulle gibt 1600. Sagen wir mal, 45 mal 1600. Und das durch die 15 Monate könnten wir damit 4800 pro Monat an Einkommen generieren. Aber wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mehr wie 45 Bullen haben kann aktuell oder ob 45 das Limit ist. Genau, ich würde sagen, ich hole jetzt die Bullen ab und stalze ein. Vielleicht in einen Stall schauen wir mal, wie viel das wir in einen Stall komplett reinbekommen. Das werdet ihr dann zu Anfang der nächsten Folge erfahren, wie viel das ich maximal in einen Stall reinbekommen. Und dann wissen wir ja, wie viel das wir halten können. Wenn wir mehr halten können, können wir sogar noch mehr pro Monat verdienen. ist das nur davon abhängig, wie viel das ihr halten könnt. Das ist so gesehen. Ja, was mache ich denn? Klar ist es kein Reingewinn. Ich muss noch die Kosten für Aussaat häxeln und und und. Aber es steht auf jeden Fall auf der Einkommensseite. Wenn ich überlege, so ein Wagen Weizen ist ähnlich viel, aber da habe ich pro Jahr nicht so viel Stroh. Ich denke, allein mit Mais und Bullen mache ich am meisten Gewinn. Da kann ich ja mal tatsächlich, wenn ich vielleicht die ersten Bullen verkaufe, noch mal drauf eingehen, dass wir uns da dann noch mal in der Folge das dann vergleichen mit wie viel das ich pro Jahr mit Bullen machen kann und wie viel das ich pro Jahr mit Weizen ist natürlich halt auch wie viel Weizen baue ich jetzt an. Wenn ich mehr Weizen anbaue, kann ich natürlich auch mehr Einnahmen damit generieren. So ein bisschen schwierig zu vergleichen. Mal schauen, wie ich das mache. Muss ich mir nur überlegen. Jo. Ich lade jetzt schnell noch hier mit euch gemeinsam ein. Unsere sechs Jungbullen hier. So. Der Ladung startt. Geht's auf oder geht's nicht auf? Na doch, es reicht. Können die direkt hier rein. Und dann fahren wir heim. Auch zum Schluss noch ein Reim. Oder wie auch immer. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen hoch da und unterstützt mich damit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.